Nein, die Dame in der Post in Ettingen hat Scheiße gebaut und deswegen soll ich zahlen. Dann habe ich alle Dokumente eingereicht, dann werde ich unangekündigt angerufen zu einer Uhrzeit, die nicht vereinbart wurde. Dann soll ich Unterlagen einreichen im Link oder an no-reply-at-dl schreiben. Nein, es ist schön, dass ihr mir ins Gesicht lügt und sagt, dass ihr mich beklaut habt. Also indem ihr nicht sagt, dass ihr mich beklaut habt, so wie sich das gehört. Aber nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse mir das nicht gefallen. Das muss als Video reichen. Ich habe einfach keinen Nerv mehr dafür.